BUM Ende der Folge Ja da merkt man, dass der Server ein bisschen laggt weil wenn man, also nicht gegen den Server aber einfach dadurch, dass die Spiele in vielen Chunks sind ist das ganz normal und zwar haben wir jetzt eine 12 Sekunden Verzögerung wenn man auf dem Timer oben nachschaut das ist aber absolut normal ist normalerweise sogar mehr So, ähm das brauche ich nicht das brauche ich nicht Ich mache jetzt mal den Brauchstand Ja Was ich dir jetzt mal gebe ist mein Gold Vielen Dank Was soll ich jetzt eigentlich mit unseren zwei Diamanten noch machen? Auch wir könnten ein Schwert machen und das dann halt Schärfe 2 machen für irgendwen würde ich fast vorschlagen, weil wir werden oder wir heben es uns auf und ja Heben wir uns einfach mal auf vielleicht Okay, ich glaube ich immer nichts ich schaue nochmal alle Öven durch und nehmen wir dann noch mit und dann geht es noch oben Also 4 Hühnchen Gekochte brauche ich nicht Ich habe noch zu viel So Ich könnte mir noch, wenn wir oben sind eine Eisenachst machen Ja, habe ich schon seit langem Ich habe auch noch 7 String übrigens das heißt wir können fischen Juhu Ich könnte auch noch 2 Aber ob wir das denn brauchen ist die andere Frage Nicht sonderlich Nicht sonderlich Also war ich zumindest stark zu bezweifeln So wie es aussieht sind andere Teams auch schon oben Triple V Der ist auf 25 Der wird sowas von zerstört werden Naja Naja Nicht zwingend Wenn ich mir hier Nuan und extrem verzeugt ansehe dann nehme ich das mal zurück Ja Aber ich schaue auch nicht besser aus Das legt sich Oh hallo Creeper Bleiben wir hinten Das ärgert mich mit dem einen Creeper Das hätte nicht sein müssen Oh es ist Nacht Juhu Wollen wir vielleicht noch bis es hell wird unten bleiben Es wird gerade erst Also was ich für gewöhnlich mache Ich leuchte einfach die Gegend aus Ich meine nur nicht dass mich im Fight oder so jetzt gerade von hinten ne Ist halt für mich jetzt riskant raus zu gehen Du kannst gerne drin bleiben wenn du möchtest Es ist aber wirklich riskant Ich leuchte hier mal den ganzen Sumpf aus Dann mache ich es jetzt anders Ich habe ja noch ein bisschen was auf meiner Spitze Ich grabe mich jetzt noch einmal nach unten auf 12 Vielleicht habe ich ja wirklich das Glück auf Dias zu treffen Dann machen wir auch noch ein schönes Und dann könnte ich mir nämlich auch noch Schuhe machen Oh Das ist aber nicht so schön Kannst du mir Bescheid sagen falls es draußen hell wird Das dauert noch Es wird gerade erst Nacht Also quasi Die Nacht hat gerade erst begonnen Oh hallo So ich fange mal an die Bäume zu fällen Ich habe jetzt hier mal ausgeleuchtet Lest bitte mein Testament vor Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Da hat jemand aufgeräumt Tja da war jemand Hatsch am Raid quitten Und wird denen nur alles nichts nützen Was hat ein Dalukat Der hat 3 Kills schon glaube ich Der Daluk hat Und ist noch auf 60 ne Das wird dann wie gesagt vermutlich nichts nützen Da wir einfach sehr OP sind gerade Ich noch nicht Äh Ja Das ist auf jeden Fall gekommen Also Ja aber sodann ich meinen Bogen habe Ich habe zwar nur 3 Pfeile Aber die müssen für den Kill ausreichen Ich will mich hier wirklich nicht aus dem Fenster lehnen Aber so wie es derzeit aussieht Und mit der Goldsituation Müssen wir das eigentlich gewinnen Ähm Also haben wir Vielleicht nicht müssen Wir haben eigentlich sehr sehr gute Chancen Also es ist Man könnte das Trauer in ganz Stufen Wenn man hier jetzt schnell verliert Das soll ich will jetzt hier auch wirklich niemanden unterschätzen Aber es geht hier einfach um die Leben Und so und um die Um die Möglichkeit der Heilung Die wir haben So nochmal ganz kurz Koordinaten einblenden Ah ich habe mal Apfel Ich habe zwei Äpfel glaube ich Ja So die bringe ich dir dann noch gerne mal runter Das heißt jetzt die OP Äpfel die geben mir 3 Herzen wieder oder wie? Ne keine OP Äpfel Nur normale Äpfel Also Gold Äpfel Okay und die geben mir Die geben mir 2 Herzen wieder Zwei? Ja So Wenn du mal zum Ausgang kommen möchtest Ich gebe dir dann die beiden Male Und du wirst dich dann schön wieder auf 46 rauf halten Okay Aber pass auf dass du die Ähm Also quasi Es gibt in Minecraft so einen Bug Da isst du unabsichtlich quasi 2 Steaks oder sowas Und das ist bei deinem Apfel halt richtig bitte weil du da nicht die Oh mein Gott Kennst du das wenn du ein Zombie schlägst und dann auf einmal direkt vor deinem Gesicht noch einer spawnt? Ja Ja das ist mir gerade passiert und der hat mich gehittet Ist aber nicht schön Stimmt Hier sind jetzt gerade 6 Zombies die egal drauf sind mich ein bisschen zu töten Hast du die schon hingeschmissen die Äpfel? Noch nicht Äh sorry Ich habe hier gerade mit ein paar Kollegen irgendwie auf einmal angefangen Ich habe es gehört Ja Okay ich bin direkt über dir Hallo Pass auf dass du die quasi äh also nimm einen vom Stack runter und die ist die eine Das hätte ich sowieso gemacht Ja So dann mal kurz warten Das ist noch ein Apfel Das ist noch ein Apfel Okay wir haben echt verdammt viel Glück Das sind so viele Äpfel Ähm Ich habe jetzt die 2 goldenen Gesichter da ne Ich kann aber jetzt schon äh den nächsten essen oder? Bin jetzt wieder auf 26 Genau Einfach essen Ich würde mich jetzt aber hier trotzdem gerne nochmal weiter runter graben Wirklich? Ich meine Ja nur noch einmal kurz ne Ich bin ja fast unten ne Aber wenn ich natürlich jetzt noch 2 Dier schnell finde In diesem einen Gang Ja klar Dann könnte ich mir halt Schuhe machen ne Das wäre halt nochmal so ein ganz kleiner Tick wo ich sag Wär schon cool Bin jetzt da 25 Also äh hat sich eh erledigt Spitzhacke kaputt Wirds denn jetzt schon hell? Äh noch nicht Wir können Ich habe jetzt 4 goldene Äpfel derzeit Wir können noch einen machen und dann ist unser Goldvorrat zu Ende Okay Na das ist wirklich eine verdammte Sollen wir uns die eventuell aufheben oder? Ja auf jeden Fall Ja Also du bist jetzt hoch wieder Ähm Darlokat hat auch geheilt Ich verstehe Achso die haben beide einmal geheilt Okay Ähm Gut Ähm Hallo Wir müssen jetzt halt als nächstes noch braun Das wir dann noch machen und dann gehen wir zu 0,0 Aber dafür brauchen wir Hühnchen ne? Hast du gesagt Äh Hühnchen brauchen wir nur für Federn also und demnach für Pfade Achso Was brauchen wir jetzt eigentlich zum braun noch? Haben wir da alles? Gar nichts wir haben alles ähm wir brauchen Achja wir müssen noch Sand kochen kannst du das vielleicht übernehmen? Ja pass auf äh da hinten steht übrigens ein Creeper ne? Ist doch egal Mal alles cool Sand 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 Die muss ich mal ganz kurz hier zack So ein Apfel bitte Irgendwo Ah ich bin ja Das ist uncool Kommt da jetzt noch was oder ich muss jetzt noch ein Bomb Fällen Wie viel Sand brauchen wir denn ungefähr? Ähm nicht viel ähm mach ungefähr sagen wir 15 vielleicht Okay das waren ich schon 30 da hinten ist wieder ein Creeper Du hast jetzt immer noch die zwei extra Herzen oder? Jep Ne nicht mehr Okay So warte ich geb dir auf jeden Fall mal zwei Hallöchen Zombie Hallöchen Zombie Oh es wird hell Okay Hast du schon drei Glas zu will ich? Äh eins ist bisher drin im Ofen Nehmen wir korrigieren zwei Sehr schön damit haben wir unseren letzten goldenen Apfel Juhu So ich geb dir noch einen Ähm wenn du willst kannst du auch direkt einen Ne ne warte da warte lieber noch Ich warte noch Ja So Drei Potions Ich hab keine Ahnung was hier so komisch aussieht Kannst du vielleicht doch schon mal Flint verarbeiten zu äh Gravel während ich das mache Äh umgekehrt Gravel zu Flint Für was brauchst du das denn? Äh für falls wir Federn finden dass wir die dann direkt äh machen können Achso äh hast du Gravel? Ich hab dir grad Gravel zugeworfen Ach da Überall liegt hier Müll vom Ex Ja also wir sind einfach so ausgerüstet das ist schlimm Ach Blaze das wird wunderschön jetzt ohne Spaß ich sag dir dass wir hier wirklich gute Straßnets haben Ich muss nur aufpassen dass ich mich nicht wehr beim Beim Gravel farmen hier jetzt ne? Das wär bitte Da stimme ich dir zu Hast du zuwillig Reds dann bei dir? Ne hab ich vorhin in Lava geschmissen Ach verdammt Wo dann geh ich noch mal kurz runter Weil das wichtig Oder ne ganz ehrlich ist doch egal Lassen wir es einfach Was denn? Ich will jetzt nicht noch mal runter um den Redstone zu holen Ist egal Ne ich hab auch keiner mehr in der Tasche Sinds halt nur 3 Minuten nicht stärker nicht 8 Minuten Naja über 3 Minuten sollte auch reichen für den Fight ne? Stimmt und davon haben wir ja jeweils äh 3 Guck mal Guck mal Oh ne falsch Falsch Dieser Da Ach ja Ach ja Gravel farmen ist was schönes Gravel farmen das ist toll Nicht wirklich Das hab ich auch mit Rada abgesprochen also das ist schon okay so Was haben wir denn jetzt? 14 Flint Der Falle habe jetzt 3 genau So Blaze darf ich dir deine 3 Stärke Tränke überreichen? Ja bitte So So Das müssen wir für eine Zeit lang ausreichen Ich habe noch 3 Speed Tränke Jetzt weggeworfen da Ach weißt du was wir haben Wir haben ja so viel Zeug Zeug Okay Mein ganzes Müll hier loswerden So Stärke Pauschen Zack Also vielleicht noch ein Zucker oder zufällig? Nein Mach jetzt mal eben Speed Tränke Ja Ja Warte ich mach Ich kann jetzt nämlich noch 2 Bücher zumindest machen Also wir haben einfach so viel Müll dabei Deshalb hab ich mir da gerade eine Kiste gemacht Dass ich nicht immer wieder drüber laufe Okay Das leuchtet an Oh Noch die letzten 3 Ich guck mal schon so ein bisschen nach Hühnchen Das wäre super Wenn ich schreie Ich schrei laut Gut So welche Koordinaten sind wir eigentlich Ja wir sind weit genug weg denke ich Ja stimmt Hühnchen Hühnchen kommt mal raus Kannst du dann Ambus dann später nochmal platzieren vielleicht Ja klar ich bin jetzt nämlich auch fertig mit dem Braun Komm ich brauche nur ein Laber Bucket und Ich brauche nur ein Blatt Ich kann eine Blatt Schuss Ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt Ich bin jetzt